Als Baby, Brücken, Brücken, genau, wenn sie mit den Pfoten kommt, ist gut. Ich sollte ihn in die Hand beißen, das wäre das Ideale. Danke, das habe ich hier gerade abgewöhnt. Nee, das ist beim Futtertreiben ganz wichtig, dass der Hund da richtig arrogant rangeht. Denn ich möchte einen Hund, der tritt, der Spannung aufbaut, später, wenn ich laufe. Und wenn ich das so brav mache mit dieser Lockerei, dann habe ich nachher einen Hund, den ich immer bitten muss. Genau, immer schön langsam. Du gehst jetzt schon auf den großen Rechtsbogen. Und wenn die Hand leer ist, auch mit dem jungen Hund, dann kann ich mal mit dem Spaß machen. Spaß machen, Junge, ganz schön zu mir. Jetzt guck mal, was ich da habe. Jetzt guck mal, was ich da habe. Jetzt guck mal, jetzt guck mal, jetzt guck mal, jetzt guck mal, jetzt guck mal. Ja, super. Magst du Fussi laufen? Du, Fannie, mit dir Fussi laufen. Fussi? Das sage ich dir schon am Auto, wir tun Fussi laufen. Ja, toll. Ja, so bist du. Toll. Ja, mal Fussi laufen. Ja. Jetzt versuchst du mal in die Grundstellung zu bringen. Super, Tolle. 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 Über den Spaß und nicht über die Arbeit. Genau. Genau. Ja, so bist du. Genau. Und jetzt können wir noch mal Fussi laufen. Ja, dann guck mal Fussi laufen. Ja, super. Und wieder ruhig. Genau. Genau. Und jetzt wieder hüpfen, 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 hüpfen. Ja, komm, jetzt guck mal, du bist du. Tolle, 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 Tolle. Ja, und jetzt schon gleich ist es so weit. Warte noch mal. Ja, komm. Ja, Tante. Das ist so weit. Ja, siehst du, Dessi. Meine Untertitelung ab jetzt nicht nur auf den dwarten S Assembly. Da ist so weit. Fass uns raus. Ja, Omãren wird vom Untertitelung ab gesagt, ich habe wiedergga aus.